Ich bin ja noch ein Besseres im Sponsum. In der Zeit geh ich mir mal Oreos hören. Was? Oreos? Komm, hättet nur sofort das, das Spiel irgendwie heller. Keine Ahnung, ich habe auch einen Filter drauf, dass ich bei Nacht was sehen kann. Cheater. Das hat schon geholfen. Cheater. Nein. Das ist ja nicht verboten. Ja. Wer sagt das? Und zeigt, jetzt bin ich tot. Also ich glaube bei dem Server kann das echt passieren. Ich weiß, ich bin gerückt. Aber je weiter du ins Landessinnel kommst, da findest du gar keinen Atomen in Ordnung. Ist halt echt super. In der Küste ist immer Action. So, was habt ihr gesagt? Lüxen. Da wo haben wir. Gehaften. Sollen wir dann hier direkt ein Feuer machen oder wo? Ja klar. Ja. Können wir nicht ohne Feuer? Willst du den Rohr essen? Ja. Ja. Der erste Steakmesser ist kaputt. Ich habe nur eine Axt zur Not. Bei. Aber ist auch nicht mehr ganz frisch. Na komm jetzt bleist du an Mensch. Obwohl ich habe ja nur noch Verbände, ich kann das noch mit hinten machen. Kannst du irgendwas um Feuer anmachen? Äh, Streichhölzer habe ich glaube ich. Oder ist gut? Ach Leute ey. Wie dauert das denn so lange? Ach. Ein Karpfen. Oh, warte mal. Können wir nicht irgendwie einen Würmer graben? Jo, mit nem Messer oder irgendwie sowas. Jo, mit nem Messer oder irgendwie sowas. Oh nein. Ich glaube ich habe kein Messer. Hast du ein Messer? Jo, Moment. Komm mal hier hin. Ein rechten Messer. Scheißen Wurm. Ey, geht das trotzdem noch? Jaja. Ich dachte, das wäre ruiniert. Ne, das erste war ruiniert. Das zweite noch nicht. Danke, ich glaube das reicht schon. Fürs erste. So, jetzt hast du zwei Würmer. Hier liegt auch noch einer, ne? Au. Ja, jetzt wollte ich meine Schachtel mit Kugeln da drauf ziehen. Jo, mach mal. Ich glaube bestimmt. Dann angel ich ein paar Spieler. Die beißen dann an. Das war ja nicht so. Ja. Ich meine Schachtel. Sagt man nicht immer aus fließendem Wasser ist das Wasser sauber? Ja, ich hab doch gerade die ganze Zeit hausgetrunken Im Ernst? Ja, ich hab mir den Magen vollgetrunken gerade Ich trau mich irgendwie nicht bei dem Spiel hier Du kannst dich ruhig trauen Hm, gleich Also ich bin noch nicht krank Wenn du unbedingt willst, mach ich sie auch vor Nee, ist schon Ist schon okay Oh, ich glaube, das ist los Ja, echt lecker Das Wasser sieht auch so grün aus irgendwie Echt? Bei mir ist das klar Ein bisschen trüb, aber Hör auf mit dem Angeln Immer wenn du fertig bist, wird dir einen Schuss da einschlagen Ein paar Angelt mal ein paar Vögel damit Ja, wir haben jetzt vier Stück Ja, das reicht erstmal Hier liegen zwei Stöcker Hast du Handschuhe? Nein, aber ich kann mir gleich die Hände waschen, wenn du willst Ich hab ja auch ein Messer Das macht auch Sinn Steht da neben dem Messer Mit dem Messer neben mir Hast du das? Ein Elch Ja, willst du den mit dem Messer jagen oder was? Ja Also mein Messer ist ruiniert Kevin, wo bist du? Ich Immer noch? Ja Haben wir Bock mehr? Nein Tschüss Komm, es war doch so lustig gerade Jetzt komm Nee, kein Bock mehr Nee Wir zielen auch auf dich Genau Naja, dann Naja, dann Wenn er so sei, dann Ich weiß, ich muss hier einen halben Kilometer laufen Da hinten ist erst Ach nee, gar keine Lust Da spring ich lieber Da bring ich mich lieber noch hundertmal um Ich hab noch 15 Streichhölzer Alter, was hier Wie viele Leichen hier liegen, ey Das ist ja krank Ja, die haben wahrscheinlich keine Verbände Und kein Essen mehr, ne? Ja Was hab ich mir von dem wie vorhin gegönnt Ja, okay Ja, einfach das Gras verschwindet, wenn man das Feuer anmacht Hier liegt noch ein Stock, ne? Oh Okay Ach ja, das kann noch lange dauern Ach quatsch Ach quatsch Nee Kevin, du hast vier Monate oder fünf Monate fast auf diesen Moment gewartet Dass wir wieder endlich zusammen spielen können Genau Ich denke Ich bin richtig geil gespawnt Liebe Riesengroße Liebe Sag bitte, du bist neben uns gespawnt Ferencino Nee Erfiel Nee Das wär zu schön Hier Tschernohup Wo die Dange ist Ah, da ist noch einer Der jagt einen Huhn Ist mir egal Ich läuf zeitig Kannst du den auch killen Jetzt knallt er dich ab Nee Er hat mich schon mal bemerkt Das hat er doch auf irgendeiner Tasse hatte ich mich doch umsehen gehabt, oder nicht? Äh, darf ihr was sagen? Was denn? Ich bin krank Das schrecklich Gut, dass ich nicht Jetzt kotzt das Was für ne Krankheit hast du denn? Er hat äh, aus dem See gesoffen und ja Kein Problem, ich bin Doktor Ja, Psychologie Weißt du und er gerade noch so, ah, kannst ruhig trinken Vielleicht hab ich das auch ein bisschen übertrieben Mit zwei mal den Bauch voll zu trinken Du kannst es aber machen, wenn dein Immunsystem hoch genug ist Vielleicht geht dann auch deine Krankheit weg, wenn du genug isst Ich meine, ich hab gerade so viel Obst gegessen Eigentlich hätte das in Ordnung sein müssen Aber nicht genug Ich glaub, soweit fortgeschritten ist die Technologie von Daisy noch nicht Doch Denkste? Es gibt so ein Immunsystem hier Also hab ich gelesen zumindest Was? Könnte auch ne Mod gewesen sein Was? Nee, nee, gibt's wirklich aber Auf Daisy Basis halt, ne? Genau Funktioniert mal, mal funktioniert es nicht Irgendwie hab ich wieder Hunger Ach Mensch Der Fußballplatz kommt mir sehr bekannt vor Oh, dann würde ich da weg gehen an deiner Stelle Na, ich bin hier ganz weit weg vom Fußballplatz Ich bin im Wald, wo der Scharf sitzt aber Auch nicht besser Dann, das ist gut Mhm Drehst du nicht so viel? Jaaa Was kotzt du mir gleich auf der Schule? Darf ich nicht? Ach so, ein schöner Waldspaziergang ist doch schön Äh, sag mal, wie brät so eine Ertwas ohne was auf dem Stock zu haben? Ich hab was auf dem Stock bei mir? Nein Frau Bei mir aber nicht Ja Ah Gott Warum? Lass mich doch in Ruhe Verschwinde Und lernt treffen, du Bastard Oh, ey, ey Mit einer S Junge, mit einem Sch... Mit einer MP, Alter, und trifft nicht Endschuss Traurig Einfach traurig Doch ihm doch einfach Deinst du dir das Spiel Warte mal Ich glaub er hat mich verloren Das wär super Ich kann mich halt nicht umgucken, weil ich nicht weiß, worauf ich die Tasse gelegt hab Normalerweise alt Ach, also so auch Auch Ey, er hat mich verloren! Geil Mein Gott, schlechteste Daisy-Spieler 2023 Na, ist aber wirklich so Ey, ich lauf hier in einem grünen Wald Warte Mit einer... Mit einem roten T-Shirt umher Und er verliert mich Zwei Meter vor mir Und schießt nebenbei mit einer MP und trifft mich ein, für dass das wegstorbelt irgendwie Das wirklich Also Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die gleich jemand aus dem Busch gerannt kommt und es abknallt Ja Deswegen hab ich mir das schon hingelegt Auf dem letzten Scheißweg Steht plötzlich irgendein Typ vor mir Das ist krank Versteht's nicht Ich nehm mir nochmal ein bisschen Wasser aus dem Fluss mit Oh, warte, vielleicht bin ich ja meine Leiche, das wär ja super prachtbar Das wär wirklich geil Kevin, weißt du, was ich mir gerade vorstelle? Der Typ, den wir gerade abgeknallt haben Ich glaub, das war das allererste Mal, dass er Daisy gespielt hat und wir haben es ihm gerade versaut Denkste? Bestimmt rückerstatten lassen Aua Passt du zum Mist Ist das ein Diegel? Darf ich den mit meiner Hand tot prügeln, ey Super, wie ich das liebe Verhältst du, ist das der Diegel? Ja Brauchst du die noch? Stopp, stopp Ich hab auch kein Magazin dafür Warte mal, wir sind hier hochgerannt Da war der Lümmel im Gebüsch Dann sind wir weiter hier lang gelassen Wo wollen wir denn dann eigentlich hin? Weiter lang ins Innere oder wieder zurück zu Der Regner, Tisi Der Regner, Tisi Los geht's Da geht auch bestimmt da Party Äh, ne Also eigentlich nur auf Landminen aufpassen, aber raus Na, wenn's weiter nichts ist Oder hier oben wurde ich irgendwo angeschossen, ey Dann bin ich hier runter in den Wald gerannt Wenn ich mal die Sachen wieder finde, ey, dann Das wär prachtig Das wär was schön Wenn die nicht ruiniert sind alle Ah Ne, geh ich von aus, aber Oh, das war's glaub ich Nimm mal nen Stock mit Brauchen wir den noch? Hey, ich hab mir ne Leiche gefunden Ja, falls jemand pieksen will Die ist makelos Der ist bei mir Oh, ich hab mein Idiot wieder Geil Wo hast du denn die her? Alter, du hast ja jetzt richtig Sounds, wenn du schmeißt, ne? Jo Höflich Ruhe, weil wir, weil wir Daisy ja kennen und Daisy gerne mal schulzerstörn tut Brauchen wir jetzt nur ne Haken, ne? Der Haken ist, der Haken ist vorbei Ich glaub es hackt Oh, musst du da hinten auf der Straße wieder treffen, oder? Der war ja noch schlechter Oh, komm doch Ich muss grad, ein Moment, ich muss kurz mein Inventar sortieren Die Zeit muss sein Du wirst du hast die Karte, ich nicht Halt auf zu schießen, ne? Oh, mein Leuchtstäbchen, es geht immer noch Das nehm ich mit, das ist ein Glücksleuchtstäbchen Wenn du vielleicht nach rechts gehst, ne? Dann müsste da ja irgendwann wieder ne Straße kommen Ja, ich weiß wo er ist, aber ich lauf grad weiter Wie weit seid ihr denn gefolgt? Weil wir gehen jetzt wieder hoch zur Straße Und treffen uns ja nicht mal eher Als hier im Wald Warte mal Wer seid also? Lost Ja, also, warte, 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 ich hab gefragt Wir sind seit so lang Achter Ich sprinte nur nicht so gerne, weil Keine Ahnung, Immersion In irgendeinem Bach Okay, egal Ich lauf grad, ich schaue so weiter Wander Simulator, ne? Naja Irgendwie wär's cool, wenn der Rucksack koordiniert ist Wenn dann dann Sachen rausfallen würden Also da, ne, das wär überhaupt nicht cool Aber So, hier rechts hab ich jetzt irgendein kleines Gebäude mit einem Anhänger Oh, wo ist meine M4 hin? Mitten im Freitag, willst du nachwarten? Dann hast du keine Magazine mehr, weil die alle rausgefallen sind Hier kommt ne fette Hütte, so ne Jägerhütte Wo seid ihr? Naja, aufm Feld Links davon Ich seh' dich schon Ja, ich auch Hä? Geh' mal zu der Hütte Warte mal, ich versuch's Seid ihr der ganz kleine Klecks da ganz hinten? Jo Ah, boah Ich hätt' doch schon gedacht, dass es hier Jaja Rennen 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 Boah Chris, wo ist der denn? Ach da An der Jägerhütte Wo bist du denn? Der ist noch viel weiter hinten, ey Der ist so ein richtig kleiner Klecks noch Wie ich den angerannt zu kommen sehe Ich bin sowieso ne Frau Zum Beispiel steht er Warte, du bist ne Frau? Ich bin ne Frau, ja Ich hatte jetzt keine Lust mehr, aber ich gehört zu ändern Deswegen bin ich ne Fraugebiet Töte die Zombies los Machste kaputt Oh, Regenmantel Ich find's ein bisschen diskriminiert, dass man kein Transgender spielen kann Erstmal Beschwerdemail hinschicken Ja Habt ihr das gelesen hier? Mit der Suche, mit der Fahndung Nach nem Ich glaub Ne, nem Mädel Was aber jetzt Transgender ist Und jetzt ein Typ ist Und wir haben ihm eine Suche ausgegeben Weil das vielleicht Kann ja sein, dass sie hier ermordet wurde Und statt Nach ihr zu suchen Und den Polizisten zu helfen Beschweren die sich Und dass die Dass die das Mädel falsch gegendert haben Ne leider nicht Das ist richtig lust Sollen wir nen Regenmantel zerschneiden? Dann wissen wir wenigstens, wer wir sind Mach mal hier Ein paar Armbände Oh wie Ist einheitlich Fast gewesen Ist ein bisschen am Schwitzen Ah hier guck mal zack Ey, ich weiß auch nicht woher das kommt Jeder schnappt sich ne Armbände Weil der machen mit aus der Christen War ja klar Ich hab da eins Echt? Ja Hab die gar nicht gesehen Aber So Wo geht's denn? Na Koslowka Koslowka Schön Tschüss Zombie War schön mit dir Guck mal wie schnell ich rennen kann Bam Ah Gott Ah Hilfe Ah Weißt du her Er schmeißt dich auf den Boden Chris bleibt mir erstmal stehen Weil in der Luft so Daisy einfach Ein bisschen gleich Weil du das nicht kannst Das Stimmt Drei Freunde auf ihren ewigen Abenteuern Daisy Oh die werden mir abgeknallt Also wollte nach Celeno oder wollte Celeno umgehen Ich würde jetzt erstmal umgehen ehrlich gesagt Das sei denn wir finden Muni vorher Kann auch eine Axt draufschmeißen Lass mal kurz stehen Wann das? Wann das? Hast du was geworfen? Was machst du denn da? Ne Samurai Samurai Wo rennen wir gerade hin? Hallo? Hallo Wie bitte? Wo rennen wir gerade hin? Na Celeno Es läuft gar nicht an Celeno Also doch Celeno Ja Ja Ich bin ja nicht an Celeno Doch Guck mal wie ruhig es jetzt hier auf einmal ist wieder Ne Was ist denn da noch? Mich? Ja oder? Er fehlt Ja Oh Da oben wird schon geschossen Warum finde ich denn Celeno nicht? Ach ja jetzt Ist das Celeno? Ich glaube da müssen wir hin Ja das kommt ungefähr hin Ja ja Also falls jetzt noch die Frage stand im Raum Warum wir da nicht hingehen Jetzt wisst ihr es Ich verstehe es immer noch nicht Warum finde ich denn Celeno noch nicht? Hm Ne da unten sind Hütten Was? Was? Da unten sind Häuser Bruderhäuser Schön Aber geradeaus auch Eigentlich will ich doch nicht hin Hat zwar lange gehalten aber spätestens jetzt bin ich am verhungern und verdursten Ja komm mal her Gott hast denn alles schön rimmig ne? Oh geil Ein Karpfenfilet Hier Hier hast du noch was zu trinken Ich weiß genau woher dort kommt Aber das ist mir egal Komm her Oh nein Gib mir den Fisch wenigstens wieder Was? Schiener Schiener Was? Schiener Ja ich renne nur eh im hinterher Ich versuch mitzuhalten Oh ja rennt weiter Du hast das Kamerator Wenn ich bei Kotzen muss Alter dann raste ich aus Dann raste ich frisch aus Dann schmeiß ich meinen Bildschirm gegen die Wand Dann hab ich nur noch zwei ist mir scheißegal Sagst du dann wenigstens auch AMK? Ich überlegste Ich tue ja durch Aber komm Ach hab ich das vermisst ey Ich dachte schon mal da was denn das Na voll die Bombe Oh ich hab nen Huhn Nicht holen? Für Knochen Ey der hols dir Nö Ey ist noch ein Huhn Der ist ein Schuss Ja ja Anscheinend ja 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 Blei ist besser als hier Ey hier ist ein Feld ne? Ein Feld? Hast du auch nen Feldkoffer da drauf? Hast du auch nen Feldkoffer da drauf? Meine Güte Müsst doch glaub ich ein Brunnen sein oder? Oh ne Cargo Hose Geil Da hinten ist ein Zombie getriggert Sicher dass der getriggert ist oder einfach nur? Ja ja Manchmal rennen die auch so Ja gut Ja gut okay kann auch sein Ich weiss nicht Ich hab ich hab Wenn der getriggert ist Ich hab halt niemanden noch gesehen Die erste Baustellen leuchte mitten auf der Straße Das ist normal Alter Alter meine IJ ist ja ruiniert Was ihr hier jetzt erst Ist ja uns zu reparieren Geh weg BAM Voll zerstört ey Voll zerstört Voll zerstört Das war bestimmt nicht Zelo oder? Doch kann sein Doch kann sein Ha Okay Ich hab's Was hast du? Ich hab Klebeband Was hast du denn? Eine Waffe mit einem Schuss Eine Waffe mit einem Schuss Waffe mit einem Schuss Die BPK? Nein Der BPK Rabiner Hier ist übrigens ein Brunnen Falls ihr euch gerne mal volllaufen möchtet Ne danke Karte nicht Seid ihr nicht schon weiter geraten? Nö Ich hab keine ahnung wo ihr seid Ich bin am Brunnen Karte Ich bin am letzten Haus gerade. 3 5 7er Munition. Oh, krieg ich die? Sind aber nur zwei Kugeln. Ja und? Wo ist der Muniz? Irgendwo hier wahrscheinlich. Ah Gott da ist ein Spieler, warte den erschieße ich. Ich schlage ihn einfach tot. Der rennt weg, warte den hab ich gleich. Wer bist du? Hier. Bamm. Voll die Rechte gegeben. Der BK12. Gib mal her die Munition. Da ist ein Zombie getriggert. Ja. Ja, der kann sich noch nicht so entscheiden. Hammer. Uh, du. Ihr schafft das schon. Ich geh gleich um. Ich dachte jetzt das wär Chris gewesen der umgeht. Oh, warte hier. Ha. Mensch. Guck mal. Ist ja der Hammer. Oh, hast du ein Hammer gefunden? Ja. Ja. Was sonst? Ja. Wo seid ihr? Ich muss sowieso nochmal schnell mal Inventar machen. Hat ihr schon in jedem Haus bis jetzt? Ja fast. Vielleicht ist da cooles Zeug. Da schreit irgendwas. Wollen wir ein Reh jagen? Mit was denn? Mit Hoffnung oder? Mit Wunsch. Mit meiner Waffe. Kann ich eigentlich? Das würd mich mal interessieren. Nutzt du denn für Munition? Tod verdammt. Ist aber auch echt heftig aus der Kino. Oh, meine Fresse. Ich geh ein bisschen so Arschloch. Ich mag seinen Akzent finden. Arschloch. Arschloch. Bist du immer noch umsaufen? Nee. Ich hab keine Piepsy Cola gefunden. Und ein kleiner Gaskanister. Wollen wir nur noch einen Campingkoffer. Nee. Warte. Gib mal den Gaskanister her. Ich zeig dir mal. Aber nicht kaputt machen. Nein. Was machst du? Irgendwie keine Wand zum Gegenhauen haben. Ja, schenk ich dir. Komm. Explodiert der jetzt? Nein. Er geht auch schon weg. Irgendwie Angst. Ey. Äh, Kevin. Was ist damit? Komm mal. Komm mal, was da drin liegt. So. Hier. Nein. Jetzt nimmst du den beim nächsten Mal in die Hand. Wenn du einen Zombie schlägst und dann macht's Bomben. Ja. Mit mir bestimmt, ne? Nein. Du überlebst das. Das glaub ich nicht. Warum hast du den kaputt gemacht? Weißt du, was lustig ist? Wenn du eine Handgranate zündest und an deine, ähm... Weste hängst und ein Spieler bei dir in der Nähe ist, stirbt der Spieler aber du selber nicht. Das funktioniert wirklich. Das verwende ich auch selber übel oft. Mach ich so eine Notsituation, wenn es gar nicht mehr anders geht, häng ich mir die dran und dann... Ich weiß nicht warum das so ist, aber... Dann schreist du auch Aloe Aquare dabei. Das ist auf jeden Fall cool. Ey, da ist grünen Augen gleich. Nein. Oh. Ich schlag es. Ich hab ein Wesen gewöhnt. Den kann man anzünden. Es ist warm. Ich hab ein Sack voll Reis. Geh mal weg hier. Scherdisch. Scherdisch weg. Mensch. Macht das Rieder. Oh, lol. Da rennt es. Oh, wollt ihr jagen? Hexe. Uh. Alter. Hab ich mich erschrocken jetzt. Hahaha. 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 Hast du eigentlich schon mal dieses neue Auto gefunden, Chris? Ja. Und dann wurde uns das von drei Spielern zerballert. Na ja. Ich dachte, das ist ja gepanzert. Ja, so ein Humvee. Ja, aber wenn die die ganze Zeit mit AK und was weiß ich nicht alles da drauf ballern, ist das auch immer ne Arsch. Warum machen die sowas? Ja, ich bin halt da lang gefahren. Und dann kamen die plötzlich vor uns aus dem Wald raus. Und dann bin ich schnell umgedreht. Natürlich aber auf einer Fläche und konnten die ganze Zeit schön drauf ballern. Ist die neue Fahrphysik eigentlich jetzt besser als die alte? Jaaaa. War das überhaupt irgendwann mal gut? Also den Humvee nie am Berg abstellen. Du kommst den Berg nicht wieder hoch. Also immer noch nicht. Also du kannst quasi immer noch nicht mit dem Günther ne Strecke von, weiß ich nicht. 20 Grad nicht hoch fahren. Doch, du musst aber auch Shift drücken, ne? Echt? Dann gibst du mehr Gas. Mhm. Ach du Scheiße. Was macht sie denn? Kannst du auch wenn du im Fahrzeug sitzt, ähm, während du Shift drückst, Alt F4 drücken, dann kriegst du nochmal nen Übelboost. Hallo. Hallo. Na was spielt ihr denn? Was habt ihr denn für nen Server? Hey, sie? Äh, offizieller Server. Richtig, ganz klassisch, Vanilla wieder oder was? Ja natürlich. Wow. Äh, Ja, ewig nicht gespielt. Ähm, überlege ich mir. Äh, heute auf jeden Fall nicht mehr. Aber ich muss morgen Schweinefrüh aufstehen. Ja klar. Alles gut. Jo. Aber ihr habt auch keine Lust auf nen Modded Server. Ihr wollt schon alle auch Vanilla spielen. Na jetzt spielen wir drauf. Alles klar. Jut, dann wünsche ich euch viel Freude und bis die Tage. Danke. Tschau. 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 Jawasieht auch nicht,